So, heute mal ein Film zur Controlling-Praxis und zwar soll das Thema heute sein Reporting. Wir machen uns mal ein paar Gedanken über das Reporting im Controlling. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht aus relativ alten Zeiten, aus alten Daimler-Zeiten, wo noch der Dr. Jürgen Schrempir Vorstandsvorsitzender war und Manfred Genz war sein Obercontroller. Und da habe ich mal ein Beispiel dabei, was stand damals im Spiegel geschrieben, habe ich damals verfolgt und es hat sich in mein 10-jähriges Controlling-Leben eingebrannt, dieses Beispiel. Und wir gucken uns dann noch hier fürs Nilo an. Eine aktuelle Sache, eine aktuelle Präsentation und da schauen wir mal, wie man das so in der Praxis dann eher nicht machen sollte. Okay, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo. So, jetzt mal zu dem Beispiel, jetzt muss ich mich mal kurz verschieben hier. So, hier ist also hier Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Schrempf, eine wichtige Vorstandssitzung und hier ist sein Obercontroller Manfred Genz. Und der Jürgen Schrempf, der wollte also wissen, Manfred, wie steht Daimler derzeit da? Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Er wollte einfach nur wissen, ganz knapp, wie sieht es aus mit Daimler? Ja, und was macht hier Manfred Genz? Manfred Genz fängt hier an, Umsatzrendite war so und so und EBITDA-Marge war so und so und die Cash-Burn-Rate war so und so. Und, äh, also wer möchte sich gerne mit diesem Menschen hier anlegen, ja? Und der ist dann wirklich wild geworden. Ja, der hat gesagt, Manfred, ich möchte nicht wissen, wie die Uhr funktioniert. Manfred, ich möchte wissen, wie spät es ist. Mach das alles bitte mal ein bisschen kompakter, ja? Und, äh, verstehbarer. Ich möchte hier einfache Dinge haben. Ja, und Manfred Genz, der hat das nicht so ganz verstanden. Ja, also der, äh, konnte aus seiner Haut nicht heraus und, äh, stand dann ein bisschen dumm da, wie damals so berichtet wurde. So, ähm, was ist denn jetzt hier, äh, Phase? Ja, das Problem ist, die Controller, die drücken sich oft nicht klar und einfach aus. Ja, das machen sie nicht, weil sie haben den ganzen Tag, haben sie zu tun mit, äh, großen Zahlenmengen, ja, mit großen Excel-Tapeten und mit, äh, SAP-Zahlen ohne Ende. Ja, und, äh, wird gerechnet und gerechnet. Und dann wird das alles so in Zahlenform dann irgendwo reingeklatscht in einen Report, ja? Ja, und der wird dann hier, äh, im Haus dann verschickt. Und das ist, äh, keine gute Sache, ja? Ja, so, schauen wir mal, wie denn hier zum Beispiel eine Definition, ähm, für das Controlling aussieht. Wie man die immer so überall liest, ja? Zum Beispiel hier die Quelle der Job-Teaser. So, Controlling. Als Teilbereich der Unternehmensführung ist das Controlling für die zahlengestützte Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche zuständig. Die Arbeit des Controllings umfasst insbesondere die Erfassung, Auswertung, Analyse und Aggregation aller buchhalterischen Rechnungsposten. Auch die Budgetplanung ist Teil des Controllings. Die Controlling-Abteilung arbeitet in der Regel direkt der Unternehmensführung zu und erstellt regelmäßige Reportings. Also, das ist jetzt, äh, alles richtig, ja? Aber man sieht, das ist alles sehr, sehr umfangreich und kompliziert und geht es dann nicht eine Nummer einfacher, ja? Also, man ist da ein bisschen so, äh, man steht da vor ein paar Fragezeichen. Und, äh, wie wäre es denn zum Beispiel damit, ja? Das Controlling erstellt Informationen zur Steuerung eines Unternehmens. Ganz einfach. Also, man, da fehlen natürlich jetzt so ein paar Einzelheiten, ja, das ist völlig klar. Aber das ist zumindest mal etwas, was man im Kopf behalten kann. Ein knapper Satz. Und das Wesentliche wird gesagt, ja, das Controlling erstellt Informationen zur Steuerung eines Unternehmens. Also, da wird nicht irgendwie mit Einzelheiten herumgemacht, sondern, äh, wichtig sind die Informationen letztendlich, ja, die dann im Haus verteilt werden. So, jetzt schauen wir uns mal, ähm, das Ganze mal in der Praxis ein bisschen an. Hier mal eine, beispielsweise mal eine Präsentation von First Nilo. First Nilo habe ich ja letzte Woche einen Film dazu gemacht. Und das ist jetzt hier eine Präsentation dazu. Die findet man hier, First Nilo Investors. Und dann hat man hier, ähm, die FY22 Preliminary Presentation. Die habe ich mir mal vorgeknöpft. Ja, wer das mal verfolgen will. Und, äh, so sieht sie aus. Ja, das ist jetzt hier die Präsentation vom 7. März 2023. Full Year Preliminary Results. So, wir gucken uns das nicht alles an, ja. Wir gucken uns mal, ähm, schwerpunktmäßig hier die Financial Performance an. Aber wir können ja trotzdem mal so durchscrollen, wie das hier so aussieht. Ja, das ist alles schön sauber gemacht, muss ich sagen. Ja, das ist also das äußere Erscheinungsbild. Das ist schon ganz schön. Aber hier sieht man eben dann, hier geht es schon los mit irgendwelchen Zahlenfriedhöfen. Ja, so, das ist jetzt eine, eine Präsentation für Investoren. Das ist die Zielgruppe. Aber auch Investoren wollen gerne Dinge verstehen. Ja, die sind zwar jetzt gewohnt, jeden Tag mit ganz vielen Zahlen umzugehen. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, äh, das wird jetzt irgendwie an die Wand geworfen, ja. Und man sitzt dann in der letzten Reihe. Da kann man dann hier nicht wahnsinnig viel sehen. Und was, was kann man sich denn bitte unter 53,7 Mega Unzen Silber denn dann vorstellen? Ja, da hat man keinen Vergleich und nichts. Das ist einfach so eine Zahl. Ähm, das ist also hier, könnte man auf jeden Fall hier das sehr viel anschaulicher machen. Ja, wenn man das wollte. Ja. So, hier geht es dann weiter. Ja, überall ganz viel kleiner Text. Dann weiße Schrift auf hellem Grund. Kann man teilweise schlecht lesen. Das da unten, das ist so ein Fitzel-Diagramm. Ja, da braucht man dann auch irgendwie eine Lupe oder ein Fernglas, je nachdem. Und so geht es dann eben hier weiter. Ja, Zahlen, 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 Zahlen. Dann hier geht es, hier werden die einzelnen Minen vorgestellt. Ja, das kann man sich einigermaßen gefallen lassen. Also sowas hier, das kann man schon wieder besser begreifen, würde ich sagen. Aber auch hier sehr, sehr viel kleiner Text und eben sehr, sehr viele kleine Einzelheiten, kleine Fitzelzahlen, würde ich mal sagen. Ja, so, da werden die ganzen Minen hier vorgestellt. Und dann kommen wir hier. Das sind nochmal die Reserven, die Ressourcen und die Explorationen. Und dann, so, hier zum Beispiel auch wieder so ein Diagramm, ja, also das kann ich jetzt nicht mal, das kann ich mal ich jetzt lesen hier, ja. Also das ist ein absolutes Unding. Also wenn ich jetzt der Vorstandsvorsitzende von Versnillo wäre, dann würde ich meinen Controller an das um die Ohren hauen. Ja, wenn ich sage, so geht das nicht. Wenn das haben jetzt vielleicht nicht mal die Controller gemacht, sondern da gibt es ja Spezialisten, die solche Reports hier anfertigen. Die bekommen dann die Zahlen aus dem Reporting, aber ist egal, ja. Also so eine Vorstellung geht irgendwie nicht, ja, das wirft kein gutes Bild nach außen. Dann hier haben wir zum Beispiel einen Chart, da haben wir so ein paar Bilder hier drin. Ich frage mich, was diese Bilder hier einem sagen sollen, ja, das hier zum Beispiel, das sieht aus wie die Wüste Gobi oder so, ja. Also da kann ich jetzt nicht viel damit anfangen, ja, warum sind jetzt hier solche Bilder da? Ja, so, das, so was hier, das geht schon wieder eher, wobei da auch hier wieder wahnsinnig viel Text überall drin ist. Also das, das könnte man alles viel besser machen. So, und jetzt kommen wir zu den, zu den Financial Performance. So, und da wird einem dann sowas hier vorgesetzt, ja. Das ist jetzt hier, ähm, Preliminary Results, das Income Statement nach IFRS. Und das wird einem dann so, ja, das haben die wahrscheinlich jetzt irgendwie rauskopiert aus einer Excel-Tabelle oder so. Und das wird dann einfach so hingeschmissen, ja. Frage ich jetzt dich, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Also das ist, ich meine, es wird natürlich alles kommentiert, ja. Aber ich meine, man könnte es doch irgendwie eine Spur schöner machen, ja. Das sind also auch ganz viele Zahlen drin, die völlig uninteressant sind zunächst mal, ja, für den Überblick. Dann hier geht es weiter, ja. Das sind dann hier irgendwelche konsolidierten Cost Inflation. Da geht es dann um Inflationszahlen. Aber die sind im Übrigen ziemlich interessant hier. Also die, äh, die, äh, Arbeits-, also die Gehälter, die sind gestiegen, Löhne und Gehälter sind gestiegen, so um 7,9% im Durchschnitt. Ähm, dann die, ähm, operativen Materialien sind um 20% gestiegen, die Kosten, die Energiekosten sind um 5% gestiegen. Also das ist schon hier alles, äh, ganz spannend hier. Die Frachten sind um 14% gestiegen und so weiter und so fort. Im Durchschnitt waren es dann 8,37% hier Inflationssteigerungen. Aber wie gesagt, das könnte man auch alles schöner, vielleicht in Diagrammform oder wie auch immer machen. Hier so ein Wasserfalldiagramm. So, da geht es dann, da wird es dann ganz, ganz kriminell, weil da muss ich hier jetzt senkrecht lesen. Ja, das kann ich sonst hier gar nicht so, da muss ich jetzt hier meinen Kopf um 90% neigen, um das hier zu sehen. Also, forget it. Ja, so, so kann man das irgendwie nicht richtig machen. Ja, das wird hier auch nicht besser, indem man dann hier sowas hier einfügt. Das, ähm, und das wird einem, ähm, einem, äh, einem hier vorgesetzt, ja, einem Analysten. Und dann sollen die mal schön was, äh, was daraus machen. Hier ist dann die Bilanz, ja, so sieht dann die Bilanz aus. Haben wir noch irgendwo die Cashflows, äh, hier waren die Cashflows, ja, das ist jetzt hier. Das ist hier das Cashflow Statement. Und so wird das dann hier abgeliefert, ja. So, und, ähm, ich sag mal, was spricht denn dagegen, wenn man das Ganze jetzt irgendwie so macht, ja. Also, das ist jetzt hier, so präsentiere ich das in meinen, hier, Präsentationen über die Unternehmen. Eine ganz einfache Darstellung, Umsatz versus EBITDA, da hat man doch alles im Blick, ja, der Abstand oder der Unterschied zwischen Umsatz und EBITDA, da dazwischen, da liegen die operativen Kosten. Und dann sieht man hier, aha, der Umsatz, der ist hier, äh, vielleicht um 10% gesunken, das sieht man hier mit freiem Auge, ja. Ja, und, äh, und, äh, hier EBITDA ist stärker gesunken, ja. Also sind die operativen Kosten gestiegen, ja, das sieht man dann hier sofort. Dann hat man hier noch das gleiche mit dem Nettoergebnis, ja, da sieht man ein Nettoergebnis und EBITDA. Ja, äh, die Kurve, die Kurvenform, die sieht ähnlich aus, also wir haben kein Problem mit den Zinsen und kein Problem mit den Abschreibungen, ja. Und, ähm, das ist also hier jetzt, äh, viel besser, viel schneller, kann man das jetzt hier begreifen, finde ich. Dann haben wir hier die Bilanz, ja, die kann man auch ganz einfach darstellen, sind vier Kästchen, Eigenkapital, Fremdkapital, Anlagevermögen und das Umlaufvermögen. Das sieht man sofort, Eigenkapital ist riesengroß und deckt, ähm, fast vollständig das Anlagevermögen, also hier kein Problem. Das sieht dann auch ein Analyst sehr schnell, hier unten ist die Bilanzsumme, kann man auch alles sehen, ja. Und dann hier haben wir die Cash-Entwicklung, die sieht man dann auch sehr schnell, ja, dass hier sich das Cash hier zwar ein bisschen verringert hat, aber nicht wesentlich oder nicht dramatisch, sagen wir mal so. Also, das, äh, so kann man das alles viel einfacher machen, finde ich, ja. Ja, natürlich, natürlich fehlen da jetzt Informationen, ja, also für Analysten, die wollen da schon nochmal ein bisschen mehr haben, aber das kann man dann irgendwo in den Anhang packen, ja, oder irgendwie, äh, dann auf jeden Fall dann nachher dann nochmal im Detail dann nochmal darstellen. Aber es ist wichtig, dass man zunächst mal einen Überblick hat, dass man die wichtigsten Sachen mal schnell erfassen kann, ja, und das wäre auch genau das Richtige für, für den Jürgen Schrempp gewesen, ja. Ja, der wäre mit sowas schon ganz happy gewesen, weil alles weitere, was er dann wissen möchte, da fragt er dann seine anderen Vorstände, ja, er ist Vorstandsvorsitzender, da kann er seine Kollegen fragen oder dann die Bereichsleiter. Ja, und die haben eben dann Reports, die dann auch spezieller sind und die dann auch weiter in die Tiefe gehen. Ja, aber er als Vorstandsvorsitzender muss jetzt nicht jede Kleinigkeit wissen, ja, das bekommt er alles gar nicht in seinen Kopf, der hat genug Sachen in seinem Kopf, okay. Also, als Takeaway könnte man sagen, keep it simple, keep it stupid, das ist ganz einfach, alles so einfach wie möglich und, äh, für den letzten Dummen, in Anführungsstrichen, ja, muss das auch alles noch verstehbar sein, dann ist das optimal und immer an die Zielgruppe denken. Ganz wichtig, immer an die Zielgruppe, wer bekommt den Report und was möchtet er genau wissen, ja, und dann bekommt er auch nicht mehr, genau das bekommt er und zwar einfach und übersichtlich. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Schönen Dank, tschüss, ciao und servus, goodbye.